So heil ich eigentlich? Ich will doch Schaden machen. Weil du Heiler bist. Ja, ich wollte gerade den Gegner tot heilen. Nice. Wir sehen den an und drücken Heilknopf. Das ist die Funktion, die fehlt echt noch, dass du die Gegner tot heilen kannst, ne? Ja, ne? Das geht. Wo habe ich eigentlich meine Katze? Wenn man einen Gegner mit einem Heilzauber, in Anführungsstrichen, angreifen kann. Geht nur verbündete Ziele bestimmen, ne? Guck mal, da hast du schon wieder ein Trübauge. Ja, komm her, du Sackgesicht. Mann, 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 das sind doch hässliche Viecher. Äh, nun mal so, ja. Falls ihr wissen wollt, wie Malte aussieht, guckt euch die Viecher an. Trübauge, der Alte. Das ist Malte. Wie fehlt mir hier noch was? Ja, wir brauchen hier noch ein paar bestimmte Murlocs. Ja, Murloc-Orakel. Wir müssen warten, bis die wieder spawnen. Aberli, what can fly? Lauf, Frodo. Ich bleib bei Frodo. Frodo hört sich viel geiler an. Lauf, Frodo. Mein nächstes Vieh nenne ich Frodo. Guck mal, ich kann Krebs so tun. Nenn dein nächstes Vieh doch einfach Kevin. Malte. Nein, Kevin. Ich weiss schon warum. Warum? Von dem, von Sahne gestern, ne? Ah, nee, Facebook, war das nie bei Facebook, war das? War das Facebook, oder war das? Äh, wir spielen, auf welchem Server spielen wir? Auf der ewigen, ewige Wacht. Genau, die ewige Wacht. Weil, der ist in einem Realm Pool, unseres eigentlichen Realm Zoo gespielen. Also bei uns ist halt, wir wollen halt komplett ohne Levelgear uns hochleveln. Ah, da kommt der alte schon wieder. Ja, los. Hey, Frack. Hier, da ist ein Darmup. Da ist der Darmup. Ja, Mann, das war der auch. Äh, ja, Level up. Mal Level up. Rückzug, ich hab Rückzug! Super, super! Ich hab meinen Donnerknall. Den hab ich in der Hose. Auf und zu mal. Wie gesagt, also, die Leute, die mit uns spielen wollen, immer zu. Immer zu. Ja gut. Ist richtig so, oder? Wir können ja nun mit fünf Mann spielen. Ja, ja, ich weiß. Das heißt, noch zwei Personen hätten Platz. Aber ist trotzdem richtig gewesen. Immer zu. Ja, aber so ein DD-Plätzchen, ne? Geht eigentlich immer. Ich wetten wir, ich werde jetzt gleich angestopst. Im TS. Sag mal, wie lange brauchen die denn zum Spawnen hier? Können uns ruhig mal ein paar Gegner hier entstellen. Sind vielleicht noch welche im Wasser? Ja, soll ich mal eben auf dem GM-Account umloggen? Ich spawne mal ein paar. Ja, ja, ja. Halt's auf. Im Wasser ist auch nichts. Lauf ab. Schnack-kopp. Schnack-kopp. Ich hoffe, dass das lustig hier ist, weil wir wollen halt kein ernster Stream sein. Also, es soll den Leuten schon Spaß machen. Also, die Leute, die zuschauen, sollen halt auch lachen können über das, was wir eigentlich schnappen. Auch wenn wir mal... Ernst ist ja langweilig. Ernst ist ja langweilig. ...bitten bei Schimpfwörtern um uns werfen. Also, hauptsächlich Chemo. Ja, aber ich mag in die böse Wörterkasse, ne? Hauptsächlich ich, ist klar. Ja, aber... Ja, einer muss ja Schuld haben. Wollt doch nicht ich. Ich glaube, weil ihr den Krübauge da immer tötet, kommen die nicht. Die haben Angst. Ich laufe gerade mal ein Stückchen. Ja, ich bin dabei. Ach, da hinten hier ist auch noch ein bisschen was Blaues. Äh, ja. Das ist ja noch diese Schatzkiste von Captain Sanders. Also, ich möchte jetzt aber nochmal schnell erwähnen. Also, in 40 Minuten haben wir dann 4 Stunden schon gespielt. Und dann machen wir erstmal wieder 10 Minuten Pause. Also, nicht, dass ihr denkt... Hier. ...wir sind dann weg. Wir machen halt nur dann eine 10-minütige Pause und dann geht's weiter bei uns. Habe ich das richtig erwähnt? Ja. Weil wir haben ja auch Bedürfnisse und so, ne? Haben wir das? Das sind ja auch nur Menschen. Jetzt kommen wir wieder zurück. Oh! Was kommen die jetzt alle ins Teamspeak rein? Das ist aber nicht hier. Nein, nein. Der Teamspeak hier... Der sendeteamspeak ist... Den weiß keiner. Außer die, die senden. Ich hab's genau gesehen. Ich hab auch mal voll nicht drauf geguckt, wo ich hinlaufe. Weil ich gerade... Ding! Da läuft er so bei, als wenn nix gewesen wäre. Und er so dumm, der sieht mich gar nicht, wenn ich nicht hingucke. Ja, Eul ist cool. Ja. Muss halt dann nur in unserem Levelbereich sein, weil wir wollen das alle dann später schon gleich halten. Bewahrer der Flamme. Habe ich noch nicht. Ja, was brauchen wir dann dafür noch? Fluchtenschlamm. Fluchtenschlamm. Wo ist denn das? Oh, er fängt... Ach, da hinten im Ding. Fluchtenschlamm, achso. Ähm, Rater. Dann holen wir uns erstmal hier die, ähm... Das Schild mit Wille. Holen wir uns erstmal die Kiste und dann gehen wir in den Krater. Genau. Alles egal, ich nehme das Schild. Es hat auf jeden Fall, äh... Rüstung ist wichtig. Aufgeschießen, ob da Wille drauf ist. Kann mir auch nicht schaden. Guck dir mal deine Lebensanzeige an. Oh, oh, oh. Nee. Nee, 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 nee. Pause ist erst um... ...23 Uhr. 666 Lebenspunkte. Was? CSGO? Wie hierher? Also heute ist kein CSGO dran. Ja, vielleicht schaffen wir das ja dann, nach der Pause Level 15 zu sein. Also bis zur Pause und danach noch ein, zwei Inis zu machen oder so. Roms, da kommt der Krieger. Eigentlich habe ich keinen Bock zu tanken, ne? Hat nicht jemand Bock als Tank mitzuspielen? Du bist doch voll der Top Tank. Also ich hätte noch ein Kriegerchen rumfliegen auf Level 15. Nee, 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 nee. Also komm, wir haben jetzt schon gesagt, wir haben die jetzt alle heute extra da erstellt. Alle für uns hier für den Stream. Dann sollten wir auch die so spielen. Nee, ich meine ja, wenn einer als Tank mitkommen möchte von denen, die zuschauen, dann kann ich auch gern tauschen. Ich habe eine Blase auf der Zunge, weil ich mir irgendwie beim Pennen voll auf die Zunge gebissen habe. Das ist mir gerade nur so aufgefallen. Das ist gut zu wissen. Ja, ich... Das hat uns jetzt auch brennt interessiert. Ich bin halt informativ. Solange er uns nicht erzählt, dass er sich gerade einen Popel in den Mund gesteckt hat. Ah, Wichs. Na, was wolltest du gerade sagen? Nichts. Es sind die Richtigen, weißt du? Die ganze Zeit beim Streamen die Klappe aufreißen, aber selber nichts einstecken wollen. Hallo, wenn du sowas machst, bitteschön. Aber ich mache sowas nicht. Nee, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir volle Kanne auf die Zunge gebissen beim Schlafen. Voll heftig. Dann gut, dass ich nicht neben dir schlafe. Alter, ich habe mir vielleicht krassere Zunge beim Schlafen gemacht, ey. Das will keiner wissen, Mann. Nee, ich habe mir schon schlafen, weil... Ich bin doch gerade erstaunt darüber, dass du gesagt hast, gut, dass du neben mir schläfst. Ich möchte gar nicht, dass du neben mir schläfst, hallo. Ach, meinst du nicht, dass ich nicht kuschelig bin? Äh, pfff... Ja, Entschuldigung. Ich muss hier auf mehreren hin und her... Das ist verwirren. Und im anderen Teamspeak ist auch schon was los. Ich hätte da rausgehen sollen. Es tut mir leid, dass ich deinen Namen falsch gesagt habe. Wirklich? Äh, wir spielen auf die ewige Wacht. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich bestrafe mich dafür auch selber. Hm, er zahlt uns jetzt jedem 1000 Gold dafür. Was? Guck mal hier. Unkaputtbar hat dir ein Angebot gemacht. Mir? Nein, Andi. Ja, wäre natürlich nice, ne? Weil tanken... Habe ich jetzt halt nur gemacht, weil wir jetzt alleine angefangen hatten. Warum habe ich einen Krebs an mir? Ich bin... Eher so für DD gemacht. Tomi hat Arschkrebs. Wieso habe ich... Leute, bist du da? Sehr gut, ey. Das habe ich jetzt erst geschnallt, Alter. Orange geht... Dauert ein bisschen, wa? Ja, es ist spät. Ja, Level, die sollten ja wohl schnell gemacht sein, oder? Genau, wie gesagt... Also, wir spielen WoW dann generell sowieso freitags. Das heißt, bis zum nächsten Freitag hast du dann Zeit. Plupp. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid mit dem Namen. Ich hebe mich. Wenn du sehen könntest, wie ich hier im Boden versinke. Dann würdest du vom Streamen gehen. Der ist schon durch den Keller durch. Ist schon krass und ich wohne im ersten Stock, ne? Hier, Jägerlein. Ja? Möchtest du nicht lieber mit uns mitkommen? Wo bist denn du? Ja, kennst du das nicht? Immer Gruppenzwang. Ich bin dagegen. Ja, ihr seid gerade die Gruppe und ich bin halt dagegen und bin halt in die andere Richtung gelaufen. Also, ich fahre fertig. Du findest auch, dass ich im Wort Team, ne? Toll, ein anderer macht's. Das ist die Beschreibung für Team. So ungefähr. Das habe ich auf der Arbeit gelernt. Da haben die gesagt immer, Team heißt immer, toll, ein anderer macht's. Ja, wir wollen halt mehrere Spiele vorstellen, deswegen ist momentan erstmal nur freitags geplant. Also, es kommen noch ein paar andere Spiele dazu. Wie jetzt unsere Prinzessin zum Beispiel, die möchte gerne mit uns CSGO spielen, deswegen suchen wir uns auch einen Tag in der Woche aus, wo wir dann CSGO spielen. Leutchen, wo gehen wir denn hin? Erst wieder runter zum Turm, oder gehen wir zum anderen Turm, oder gehen wir oben an den Strand? Runter zum Turm. Ist der längste Weg. Gut. Aber, wenn der Wunsch natürlich so groß ist, dass wir öfters WoW spielen, dann können wir das natürlich irgendwie noch arrangieren. Genau. Also, wir sind da noch relativ offen. Freizügig. Aber dann halt nicht so lange wie jetzt, ne? Also, wir sind da jetzt schon knapp vier Stunden. Für Leute, die keine Uhr lesen können, dreieinhalb. Ich hab gesagt, knapp vier Stunden, Vogel. Lern Deutsch. Ich brauch Todstellen! Ich hab da recht, du, du Vogel. Du musst mal zuhören, du Vogel, du. Was? Pferdenvogel. Du. Werden sind ich? Ein Geier. Oh. Er wollte dir CSGO holen, ne? Aber es scheint irgendwie geil zu sein. Ja, ja. Mit dem Geier wollte ich nur verdeutlichen, wie groß dein Vogel ist. Ja, ja. So groß, ne? Nein, so groß, ne? So. Woohoo! Du guckrulte. Du guckrulte. Vielen Dank.